Interessant. Oh, weiß ich was. Da ist was runtergefallen. Da ist was runtergefallen. Die nicht so richtig funktioniert. Andrea! Andrea! Tim! 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 Ja, mach mal. Der Bruder von Schweiß, Herrn Schweighöfer. Alles Gute! Wir haben noch Matz. Andrea! Oh, ist die Karte. Andrea! Wahnsinn. Ja, das ist ja lustig. Tim! Ja, das ist ja lustig. Tim! Andrea! Ja, dazu. Andrea! Oh! Ja, das ist ja lustig. 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 Und gelockte. Heiß nicht. Ja, das ist ja lustig. Genau, ja, 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 ja. Ja, genau, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wer kommt da ein? Und? Ich bin eigentlich noch so die Schüsse bei mir. Das ist gewünscht. Ja, ja. Zehn Sekunden noch. Ja, ja. Aber geiler. Ich bin auch so die Schüsse bei mir. Hallo Tim! Er muss arbeiten. Er muss arbeiten. Ja, immer noch. Da habe ich doch genau den richtigen Mann an meiner Seite. Warte, was Sie haben. Ja, ich habe es erst im Auto. Da habe ich doch nach so einem Beitrag genau den richtigen Mann an meiner Seite. Wir können wunderbar übergelaufen. Tim Benz, welche Designer haben sich denn heute bei dir verpflichtet? Warte mal, ich glaube, es kann ja nicht. Es kann nicht passieren. Das ist doch super. Aber das ist ja eine andere Art. Das weißt du schon. Ja. Aber ich habe beschlossen, dass die Konzentration für mich noch quasi in der Ratsa-Schule dran ist. Ach so. Und deshalb bin ich ein bisschen überquem. Das ist sozusagen eine Verbindung mit Klebe-Elegal. Weil du sozusagen auf der Bühne so unterwegs bist, um die Lieder zu verformen. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Und das ist ja so. Das ist ja so. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tim! Mittag! Hallo! Hallo! Ich seh die grad. Hier für Sonntag. Ja klar. Tim! Nicht wegziehen. Na, vorbereit? Ach, wirklich. Hallo, vorbereit? Hallo, vorbereit. Das ist ja ein Ding. Kein Foto. Kein Foto. Kein Foto. Das ist ein Ding. Also ich bin so traurig. So traurig war ich noch nie. Und genügend Gluckshormone jetzt. Ja, ja. Ja, für die letzten zwei Arbeitstage vor Hotel Sonnenhof. Ja, ja, ja. Freut mich der Mann. Wer ist die Frau? Das ist doch einer von den Trotschern. Sina? Welcher? Mit dem blauen Kleid hier vorgestellt. Muss die Sina sein? Ich weiß es nicht. Sina? Nee, nee, nee. Ich weiß es nicht. War. Ähm, heute war es noch. So war es wie sie war. Ja. Ja. Ich drücke schwer die Tag. Ich sehe tiefe Gelassenheit. Nächste Woche Mittwoch der Mila-Konzert. Das ist ja. Genau. Ach so. Dann ist Mittwoch Mila-Konzert. Ich habe das kurz verdrängt. Deswegen habe ich noch mal nachgeschaut. Ja, einfach nach. Nicht bei mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sind Sie eine Sängerin? Sind Sie ein Foto? Hm, bei uns. Ja. 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 Aber wer ist die Blonde jetzt wieder in Schwarz? Die Beatrice. Die ist auch nominiert. Die müsste eigentlich auch kommen. Die Leute. Die haben ja auch hier. Die sind ein Foto. Die sind ein Foto. Die sind ein Foto. Das ist ja auch super. Die sind ein Foto. Die im Flügel. Wie geht's? Selber? Das Foto Südde war mit dem Zaun. Ach, das Zaun, da hast du den Zaun gebaut grad nicht. Nee, bei Spuk mitgespielt. Viel Spaß! Das war gut, das Spuk unterbrechen. Was hier drin? Ja! Aber ich hab euch ja hinterher unnachgeteilt. Wir sind unter Spaß. Ja, ab und zu sind wir, ab und zu sind wir. Ich meine, dem schönen Kosti... Können wir noch mal ein bisschen machen, wenn du willst? Ja, einfach. Gib mal das Spuk, bitte. Kempfischer bitte. Kemp! Kempfischer bitte! Kempfischer bitte! Kempfischer bitte! Kempfischer bitte! Ja, ich hab die Kempfische. Danke dir! Mach mal ein Foto! Ooohh. Das tut mir leid. Ne, kommt jetzt groß raus. Tut mir leid. Die gehen ja gut aus. Die gehen ja gut aus. Das geht mal. Das kann man nicht hier. Das ist schon mal ein bisschen. China! Hallo! Georgina! Wie bist du noch ein bisschen vor? Gibts auch noch? Ich hab extra angerufen, haben Sie drittert. Georgina! Hallo Georgina! Der ist ja noch drüben. Foto Leute draußen. Ja, wie schnell geht das? Foto? Das ist ja ein Ding, das ist ja ein Ding. Hast du Auto dran? Ja, hab ich. Jaaaa! Jaaaa! War ja gut, dass du raus bist. Hättest du irgendwie nie hier sein können, wa? Ja, ist gut, ne? Ich war ja gestern da. Kommt der Olli auch? Georgina, es war gestern Abend da, wo du warst. Kommt du ehrlich? Jaaaa! Wie heißt du? Kommt der Olli auch, Herr Popper? Nee, der muss moderieren. Das ist ja ein Ding. Der kann nicht kommen. Der ist nur dort. Einmal einen Blick nach rechts, bitte. Wer ist das? Nee, ich meine ihn hier, ihn hier. Jaaaa! Ich kenne dich nicht da. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Wo steckt der Olli? Ich weiß. Jaaaa! Ibi! Ibi! Ichi! Ibi! Aber die Kahlen habe ich keine Warte. Zu Schicken? Hm! So foktlos auch unten drohlen. Das kriegen wir auch noch. Jetzt kommt er, dein ist noch. Danke! Danke!